Moin Leute und herzlich willkommen zu weiteren Klassen-Tunings, die bei uns in Europa am 30. Oktober live gehen werden. Und zwar haben wir wieder letztendlich hier viele Klassen-Buffs und Nerfs für folgende Klassen. Wir beginnen mit den Todesrittern. Hier ist es so, dass der Plut-Todes-Ritter ein wenig gebufft wird, aber ist, finde ich, persönlich nicht weiter der Rede wert, weil es nur den Tank-Plut-Todes-Ritter betrifft und es ist relativ egal, aber es schmeckt natürlich sehr, sehr gut. Als nächstes geht es weiter mit den Troiden. Hier ist es so, dass der Gleichgewichts-Troide ein wenig gebufft wird, beziehungsweise so ein bisschen umgestellt wird. Und wir können uns das mal anschauen im aktuellen DPS-Meter. Hier sehen wir den Eulendroiden oder Gleichgewichts-Troiden relativ weit unten. Dementsprechend hoffen wir natürlich, dass diese Buffs dafür sorgen werden, dass der Gleichgewichts-Troide die Eule wieder mehr Schaden verursacht und einfach weiter besser und krasser performt. Für mehr Damage zum Beispiel wird der Schaden erhöht von Zorn um 10% und von Sternenfeuer um 5% und von Sternenregen um 6%. Also das sind schöne Buffs für die Eule. Wunderbar, auf jeden Fall gerechtfertigt. Dann ist es noch so, dass der Wiederherstellung-Troide auch ein wenig geändert wird. Hier ist es so, dass einfach eine gewisse Spielweise gebufft wird, damit die auch auf jeden Fall spielbarer wird. Und auch das ist doch eine schöne Sache. Dann geht es weiter zum Jäger. Hier ist es so, dass der Jäger laut Blizzards Augen oder in Blizzards Augen ein wenig überperformt im Single-Target-Bereich. Sowohl der BM-Hunter als auch MM-Hunter, also Tierherrschaftsjäger und Treffsicherheitsjäger. Und deswegen ist es so, dass sie letztendlich im Single-Target den Jäger da ein wenig abschwächen und ihm dafür aber mehr Damage geben im Multi-Target. Also im Prinzip ein Single-Target-Nerf, aber ein AOE-Buff. Und wenn wir uns das mal anschauen im Damage-Meter, dann sehen wir auf jeden Fall, dass die Hunter Platz 3 und 4 sind. MM-Hunter und BM-Hunter. Deswegen ist es wahrscheinlich gerechtfertigt und auch logisch und konsequent vom Blizzard hier, den Single-Target-Schaden, also den Einzelziel-Schaden, abzuschwächen vom Jäger. Aber dafür den Multi-Target-Schaden, der vor allem wichtig ist im Mythisch-Plus-Bereich zu buffen. Und ich denke auch, dass es gerecht wird, wenn man das sich auch anschaut in den Logs. Dann sieht man, die sind gerade schon sehr, sehr gut dabei und ein wenig am Überperformen. Also machen diese Hunter-Buffs slash Nerfs auf jeden Fall Sinn. Dann haben wir als nächstes den Nebel-Worker-Mönch. Der wird auf jeden Fall hier ein wenig gebufft. Die jegliche Heilung wird erhöht um 6%. Und es wird halt wieder eine gewisse Spielweise umgeändert, dass man die weiterspielen sollte. Beziehungsweise da wird auch ein bisschen was abgespecht. Also es ist so ein 50-50-Ding, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Wird man, denke ich, kaum spüren, diesen Buff oder Nerf. Trotzdem nice, dass da was geändert wird. Dann haben wir den Paladin. Hier ist es so, dass der Heilig-Paladin leider Gottes ein wenig abgeschwächt wird. Weil zum Beispiel Heiliger Schock jetzt 2,8% vom Mana kostet. Vorher 2,6%. Und generell halt mehr Mana kosten für den Heilig-Paladin. Also minimaler Nerf leider Gottes. Dann geht es weiter zum Disziplin-Priester. Der wird auf jeden Fall gebufft. Vor allem wird seine direkte Heilung gebufft, beziehungsweise erhöht. Also mehr HPS. Aber auch so wird er einfach generell stärker sein. Stärker performen. Wieder mehr Meta werden. Das ist gut. Und auch der Schatten-Priester wird hier minimal gebufft. Auch das ist hoffentlich verständlich, weil der Schatten-Priester ist leider auch am unteren Ende aktuell am Start. Und dementsprechend ist dieser kleine Buff gerechtfertigt, aber wahrscheinlich nicht gut genug, um wirklich Meta zu werden. Weiter geht es zu Meuchelschurken. Hier ist es so, dass er minimal generft wird. Um 5% quasi. Und wenn man sich das anschaut, Meuchelschurke auch oben mit dabei. Der Gesetzlosigkeitsschurke ist natürlich noch krasser, aber das ist einem Bug geschuldet, der mittlerweile auch schon wieder behoben ist. Durch einen Hotfix. Also die sind mittlerweile auch wieder weiter unten. Aber hier sind halt auch noch verbuggte Logs mit drin. Deswegen sieht man das auch in den Statistiken, dass die Gesetzlosigkeitsschurke halt vollkommen overpowered war, weil die Leute da teilweise einen Fehler ausgenutzt haben. Aber, ähm, ja, ich denke trotzdem, Schurken werden weiterhin sehr, sehr krass Meta bleiben. Man sieht Täuschungsschurke, Meuchelschurke, Gesetzlosigkeitsschurke, alle oben mit dabei. Und dementsprechend sind die Schurken, denke ich, weiterhin Meta und weiterhin gut dabei, weil dieser kleine Nerf wird nicht viel ändern. Als nächstes kommen wir dann zu der krassesten Klasse von Patch 11.05 Release, und zwar der Elementarschamane. Der wird selbstverständlich genervt, weil sie natürlich überperformt haben. Vor allem auch der Verstärker-Schamane wird auch genervt. Aber auch der Elementarschamane, beide werden genervt. Das ist nur verständlich und logisch. Zum Beispiel beim Verstärker-Schamanen wird hier einfach alles um 10%, 15% genervt. Aber auch beim Elementarschamane wird beispielsweise sowas genervt. Wie zum Beispiel hier sowas von 150% runter auf nur noch 100%. Also das sind schon krasse Nerfs. Die würden auf jeden Fall sehr viel weniger Schaden verursachen. Die Elementarschamane und Verstärker-Schamanen. Man sieht auch hier in den Logs, waren sie mit zu den besten Klassen gezählt und waren halt oben mit dabei. Also, beziehungsweise Jäger, Schamanen und Schurken genervt werden, damit die weiter halt nach unten rücken ins Mittelfeld. Das halt alles ein bisschen fairer ist und, ja, balanced ist. Ist, denke ich, alles logisch. Sollte eigentlich jeder verstehen. Dass das so kommen wird, war eigentlich schon klar zum Patch-Release. Das war einfach zu stark. Und jetzt haben wir noch zwei Klassen, wo richtig krasse Buffs kommen werden. Sodass dann Hexenmeister und Krieger hoffentlich wieder schön zerstören. Und zwar ist es so, dass der Hexenmeister, der Gebrechenhexenmeister, Demo-Hexenmeister und Zerstörungshenmeister, Zerstörungshenmeister, die werden alle krass gebufft, weil sie einfach zu schlecht waren, ne? Hier schreibt auch Blizzard, sie erhöhen alle oder den Schadens, ähm, die Schadenssachen vom Hexenmeister-Spezialisierungen, damit sie einfach wettbewerbsfähiger sind gegen andere Klassen, sowohl im Single-Target- als auch im Multi-Target-Bereich. Und deswegen wird halt ja alles gebufft. Wenn man sich das mal anschaut in den Logs, dann sehen wir hier die Hexenmeister in der Versenkung. Der Demo-Hexer war sogar ganz gut dabei in der Mitte. Aber Zerstörer und Gebrechenhexenmeister war in der Versenkung und vor allem auch für Mythisch Plus. Hoffentlich gute Buffs für den Hexenmeister, sodass sie wieder ein Stück weit mehr Meta sind, dass sie eingeladen werden. Und der Hexenmeister werden eh immer am Raid gebraucht für Gesundheitssteine, fürs Portal, für einen Seelenstein. Und dementsprechend sind das sehr, sehr schöne Buffs und gerechtfertigt für einen Hexenmeister. Wunderbar. Und zu guter Letzt, klar, haben wir auch noch den Krieger. Hier ist es so, dass für jeden Krieger der verursachte Schaden von Vernichten, also Execute oder Hinrichten, um 10% erhöht wird. Und auch der, ähm, ja, Waffenkrieger und Furorkrieger wird hier durch die Bank krass gebufft. Blutdurst macht 20% mehr Schaden. Blutbad macht 20% mehr Schaden. Toben macht 10% mehr Schaden. Spalten beim Waffenkrieger macht 20% mehr Schaden. Überwältigen macht 15% mehr Schaden. Tödlicher Sturz macht 15% mehr Schaden. Also, das sind echt auch krasse Buffs für den Krieger. Und auch hier gerechtfertigt, wobei der Furorkrieger war schon im Mittelfeld. Und der Waffenkrieger aber weiter unten in der Versenkung. Also, ich denke, diese Klassen-Tunings, die bei uns in Europa am 30. Oktober live gehen werden, sind, denke ich, gerechtfertigt und eigentlich logisch. Das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse, wobei ich aber da für euch auch gleich eine Erklärung habe, ist, äh, der Magier. Also, Magier wird nicht gebufft, aber es kann natürlich noch kommen in den kommenden Tagen, dass sie da noch Magier dazu, ähm, hinzufügen. Weil, wenn wir mal gucken, aktuell ist Magier dann damit die schlechteste Klasse, die quasi drei DD-Spezialisierungen Talentbäume hat. Also, man kann ja als Magier Arcan, Feuer und Frost spielen. Und alle drei Spezialisierungen sind Schadensverursacher. Und das ist jetzt die schlechteste Triple-DPS-Talentbaum-Klasse, sozusagen. Aber, ähm, ja, also theoretisch hätten da jetzt auch ein paar kleine Buffs kommen müssen, damit die halt ein bisschen besser dastehen. Aber ich kann es euch so erklären, über Jahre oder, ja, es war schon immer so, dass die Magier immer eigentlich Meta waren. Und jetzt ist es halt wieder an der Zeit in Season 1 von The War Within, dass mal der Magier richtig schön die schlechteste Klasse ist, richtig schön im Schmutz unten angekommen ist. Das haben sich immer alle gewünscht. Viele meinen ja immer zu behaupten, Magier, Masterclass, immer overpowered. Aber nein, jetzt ist es einer der schlechtesten Klassen. Und jetzt ist es endlich soweit, ne? Das wollten die Leute. Und jetzt habt das, jetzt, ähm, könnt ihr zufrieden sein. Aber ich sag euch schon mal jetzt, in Season 2, Season 3 und falls es wieder eine vierte Season gibt in War Within, da werden dann natürlich wieder die Magier besser, ähm, performen. Und vielleicht sogar auch Meta-Klassen sein, weil meistens ist es immer nur pro Erweiterung in einer Season der Fall, dass der Magier richtig schlecht performt. Und das ist halt jetzt, ähm, aktuell auf jeden Fall Sache und Stand der Dinge. Aber ist doch gut, ne? Also die Leute haben es sich gewünscht und, äh, von daher, jetzt ist es endlich mal soweit. Jetzt können wir es feiern. Endlich Magier in der Versenkung, im Schmutz. Endlich nicht mehr die Magier-Meta. Endlich werden die Magier nicht mehr die ganze Zeit eingeladen für die M-Plus-Keys. Und endlich machen die Magier mal richtig schön wenig Schaden. So wie es mal jeder Klasse geht. Ich sag immer wieder, jede Klasse ist mal dran. Und jetzt in diesem Patch, beziehungsweise in der ersten Season von War Within, scheint es den Magier zu treffen. Aber es kann natürlich auch noch ändern. Es kann natürlich trotzdem noch im Verlauf von Season 1 von War Within weitere Klassen-Buffs und Nerfs kommen. Aber jetzt erstmal schaut es so aus für die nächsten Wochen, dass der Magier erstmal in der Versenkung ist und nicht so viel Schaden verursacht. Wunderbar, und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Also schöne Buffs und Nerfs hier bei uns in Europa, die am 30. Oktober live gehen werden. Fast alles ist gerechtfertigt, nur ein Magier-Buff fehlt theoretisch. Aber da habe ich euch auch schon gerade die Lösung geliefert, warum das jetzt mal nicht so ist und warum der Magier auch mal jetzt schlecht ist, damit die Community, beziehungsweise Blizzard, das dann auch mal so getunt hat, dass man auch der Magier am schlechtesten ist. Und das ist jetzt der Fall. Und dann haben sie das auch abgehakt, sodass sie halt in den nächsten Seasons wieder besser sind oder sogar bis Meta-Klassen sind. Wie auch immer, das soll es gewesen sein von diesem wichtigen Infovideo. Lasst mich gerne eure Meinungen zu diesen Klassen-Buffs und Nerfs wissen, die bei uns in Europa am 30. Oktober live gehen werden. Schreibt es mir gerne in den Kommentar rein, was ihr davon haltet oder darüber denkt. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen oder geholfen hat, lasst gerne noch ein Like da. Würde mich freuen. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.